Das Dorf auch nicht, oder Kana hieß früher, oder übersetzt heißt es Maske, weil es einfach nicht zu sehen ist, wegen den Camouflagefarben. Das Dorf auch nicht, das wäre eigentlich so geil. Bitte nehmen Sie das mit Männern auf meinen Bauch und Ansprüche. Ja, ich habe ein bisschen Ansprüche, aber ich kann es nicht nur, da geht es ja doch. Ich zeig mal alle aus.